Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Walking Dead! Ja, wir wurden in den Schuppen gesperrt und müssen hier wahrscheinlich irgendwie entkommen. Irgendwie... irgendwo... Ja... Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, vielleicht ist irgendwas nützlich, weil ich weiß zum ersten Teil, manchmal kann man einige Sachen, oder muss man einige Sachen vorher erst angucken, bevor man dann irgendwas auswählen kann. Ich weiß, da oben liegt noch was, aber ich mache hier erstmal... Ja, ganz klarer Fall. Äh, Arm einspannen, abschneiden, fertig. Oh, hier ist noch ein Angelkasten. Guck mal, vielleicht ist da ja was zum Nähen drinnen. Einfach so einen Angelhaken nehmen, Stück Sehne und fertig. Nicht viel mehr in hier. Ich glaube, wenn ich muss, kann ich das für Stichungen nutzen. Ja, das sieht ja auch nicht mehr so gut aus, ne? Komm, wir flachen da mit dem Messer rum. Okay, das geht nicht. Und mit der Hand. Und, äh, gegentreten. Geht nicht, die Option haben wir leider nicht. Ähm, ja, hier, dit fast. Gucken wir auch nochmal hier. Fast durchs Ufer ist da was dran. Könnte man dann nicht, äh, so ein... Ja, oder hier die Hake oder sowas. Irgendwas dahinter klemmen und damit einen größeren Winkel haben. Da ist die kleine Toilette, ne? Ähm, ja, wir kommen dann, dann jetzt ran. Okay, wir ziehen dann nochmal. Das bringt wohl alles nichts. Oh, ein Tisch? Klar, der Held. Wenn ich da drauf steigen will, würde das Ding locker wegknacken. Schwör ich. Ungefähr so, ja. Und voll auf den Arm. Da hätte sie sich ja an das Regal theoretisch auch, äh, ranhängen können mit den anderen Arm. Und ich wäre dann ja auch runtergekommen, ne? Ah, okay. Äh. Dann hämmern wir mal wieder drauf zu hier. Und... Oh, ging ja auch einfach. Ich hätte die Nägel ja wieder eingeschlafen. Ach ja, jetzt kann sie ein Fuß hin, ne? Okay. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, hier jetzt ein Loch reinzuschlagen. Oder überhaupt hier abzuhauen. Ich weiß es nicht. Aber... Wir haben ja keine andere Wahl. Von allein wird das hier nicht, toch? Wir haben einen Doktor. Er hat die Sachen für Stücke. Oh, Clementine. Gut, dann schleichen wir uns mal ins Haus. Ich hoffe... Finde einen Weg in die Hütte und hole eine Nadel, Peroxid und ein paar Verbände. Okay. Finde einen Weg in die Hütte. Ich weiß nicht, ob es so Glück ist, hier die Tür zu verwenden. Und die Fenster. Erstmal. Okay. Komm schon. Wir müssen ja noch immer auf die Beißer hier aufpassen. Oh. Komm, was soll's, was soll's. Jetzt. Ich denke, es wird schon schlimmer. ... dass wird sie nicht placken. Das hier, ne? Das, das ist unmöglich. Da kommt sie ja nicht mehr mehr an. Den Hammer haben wir zum Glück noch dabei Wie ich das hasse, wenn die Beißer noch im Hintergrund sind, ich hasse es Ey, die unten streiten sich einfach Seilschweig In 5 Minuten Okay It won't take long There are a few things we need to distract Fine Salty Okay Den Hammer raus zu dreschen wäre ja gleich so Okay Vielleicht hätten wir da doch den Hammer nehmen sollen Und ne ich muss den Spielchen noch mal Neuland umleiten Nein Machen wir nicht so wie es kommt Well Luke hat mehr zu sagen Ich denke Und wo ist Sarah? Sie hat ein Buch Sie braucht nicht ein Teil davon Was jetzt so klug ist Ob das so klug ist Okay ich dachte die wären jetzt hier in dem Raum Scheinbar aber nicht Jo dann sind wir ja jetzt schön in der Putze Und ich weiß nicht wie schnell wir hier machen müssen Eigentlich sollte man sich ja erst Kommen wir nicht weiter Oh man kann hier lauschen Wir gehen mal lauschen Kittchen Ins Kittchen Gehen wir ins Kittchen Komm her Komm her Das ist mein Weg Könnte sein Wir wissen nicht Sie ist mit jemandem Es gibt keinen Weg sie ist hier selbst Sie hat gesagt sie ist hier allein Ja Dann lassen wir das mal bleiben Dann lassen wir das mal bleiben Tera das war ja Glaube ich Das kleine Mädchen Okay wir gehen erstmal da rein Schlafzimmer Schlafzimmer Und scheiße Schhhh Schhhh Du solltest nicht hier sein sein Jackpot Ich hoffe sie verrät uns nicht Hi Can you please help me I'm not supposed to talk to you My dad can't know Help me and I won't tell him I... I'm hurt Please help me I... I shouldn't What happened to you? A dog bit me Sounds scary I bet it hurts But it's going You won't see it? Uh... It really wasn't one of them It really wasn't Okay Ich hoffe die kippt nicht aus dem Latsch Eww gross I know right You have to bandage Like my dad does Yeah I know Help me Na komm I need something to clean it with Bandages And I need to sew some of it up It's too deep My dad says we're out of real bandages But I know where to get something to clean it That's what this applies I... I'll help you Good Thank you I'm Sarah I'm Clementine We're friends Right? We can be best friends I haven't met another girl my age since way before She looks more older than Clementine Rebecca is okay But she's old And that's it I don't know Okay we're friends We're friends Before ever before she's old enough To like... Be my friend And then I'll be super old Yes We're friends Promise? It's important Friends have to trust each other No matter what Do you promise or not? Come on I said yes It's not the same Promise? Yes or no? Oh shit We need something else to come Yes Oh... Ernsthaft Im ersten Teil habe ich gelernt Es ist auch mal nötig Ein bisschen zu lügen Ich werde sehen Ich werde sehen ob ich die Sachen finden kann das mein Vater benutzt wenn ich einen Kuss bekomme Lass mich nachher Ich denke das ist es Das wird funktionieren Das wird funktionieren Ja Danke Sarah Das dauert Sehr gut Es ist verletzt Ich brauche immer noch ein paar Bandage ... aber ich kann das nicht nur noch in den Schrank gehen, aber ich kann es nicht so gut Oh Gott Hey Dusche Wenn wir noch in den Schrank gehen können, vielleicht... Ach die, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie komisch Komm her Vielleicht die Schwangerschaftshormone oder so, wer weiß hoffentlich will sie jetzt kein Bub nehmen Lass es in Ordnung sein und lass es sein sein Aber so können wir da jetzt nicht angucken Okay, dann gehen wir mal wieder raus hier Wir brauchen noch Verbände Oh, nach der Schlafzimmer Tür Als hätten wir jetzt aber große Wahl, ne? Als hätten wir eine Wahl Hier haben wir leider nicht Okay, schnell alles durchgucken Ach, langsam Eine Uhr, äh, nehmen wir die? Wir gucken mal Was sollen wir damit? Komm, komm, was sollen wir mit der Uhr? Lumpen! Nicht genauer Bandage, aber sie sollten helfen, die Blutung zu stoppen Okay Wir müssen noch weiter gucken Geht's wohl zum Schuppen Ist verschlossen Hier unten Ja Okay Okay Dann, äh Zurück zum Schuppen Ich weiß nicht wieso, ne? Ich kann's euch jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sagen Aber ich hab' gerade voll Lust Zelda zu spielen Ich bin eigentlich großer, großer Zelda Fan Schon von Anfang an Schon als kleiner Stöpsel Und ich liebe Zelda Und, äh Hab' Nintendo dann auch Bis zu Wii mitgemacht Und war dann allerdings bitter enttäuscht Twilight Princess War noch wirklich geil Ich find das Grafisch irgendwo mit Das beste Zelda Auch so von den Farben Und alles halt Ja, da hat einfach irgendwo alles gepasst Die Story okay Die war ein bisschen kacke Ähm, ja Und dann hatte ich Zelda Wirklich ein paar Tage Und, äh Die Wii sagt sich einfach Yellow Light of Death Und ich denk mir Nein Hat mir dann auch keine mehr gekauft Oder Keine weiteren Nintendo Produkte Da, ja, da war ich Da war ich ein bisschen traurig Muss ich zugehen Und, äh, bin dann zu Sony gewechselt Also zu Playstation Auch einfach, weil Nintendo ist Ist für mich so Ist auf ganz, ganz wenige Spiele eher so diese, diese, ähm Aber das wird jetzt so scheiße wehtun Das wird jetzt so scheiße wehtun Bis sie sagt's Okay Äh Äh Erstmal reinigen Nintendo ist eher so Bis auf wenige Spiele eher so Familienplattformen So für familienfreundliche Spiele Uuuuuh Oh, ich kenn das auch noch Das Zeuge was das Stoffperoxid Das ist so Okay Okay, ich bin gut Ich bin gut Clementine Jetzt die lustige Part Ich muss sagen Clementine ist echt Taff geworden Ohne Scheiß Naja, wie gesagt Nintendo ist ja wirklich dann eher so Familienkonsole bis auf wenige Spiele und, äh, Playstation bietet dann doch eher irgendwo die Warnbreite An, an Spielen die einen dann doch irgendwo mehr interessieren Nicht zumindest Bis auf Zelda Würde ich gerne wieder spielen Würde ich gerne wieder spielen Okay Uuuuuh Das wird so Uuuuuh Wieso hat sie sich nicht irgendwie ein Stück Holz zum draufbeißen genommen oder so Oh, so eine Nadel wird ja auch nicht dünner, ne? Uuuuuh Mir zackt's grad so in den Armen Na? Na? Oh, sie tut mir so leid Aber wie alt ist sie jetzt? Vielleicht 10 oder so? Oder 11? Nee, sie müsste ja schon 12 sein, ne? Sie Als Lee starb war sie ja Oh, war sie ja 9 Dann war Christa ja schwanger so etwa am 8. oder 9. Oh Im 8. oder 9. Monat Dann sind ja nach dem Mietgestorben es nochmal 16 Monate vergangen glaube ich Oder 13 Monate Nee, dann müsste sie etwa 12 oder 13 Jahre alt sein jetzt Oh, und sie wird so Bild wird schon schwammig hier Oh, und Heavy Brain hatte man ja noch die Option das vorsichtig und langsam zu tun oder halt schnell und ruppig, ne? Aber hier Aber hier Ah Besonders gut ist das aber nicht genäht, ne? Okay Ist egal, aber es ist zusammen... Die Wunde ist soweit weitestgehend verschlossen oder zusammengezogen Zusammengezogen Nein analysis! Nein 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 nein! By the way! Where is this Fifi? Okay Denn hier die Hake, los jetzt! Und BAMS! Auf den, ja, auf den, auf den, auf den, auf den, hier ist das Anker, genau! Los! Ja! Und jetzt geht's was auf die Ommel! Wir sind voll fett krass, Jungs! Ja! Ja! Ich habe nicht mehr, ich bin wirklich! Ich habe nie gedacht! Und du hast mich hier raus, um zu sterben! Du hast dich auf, wo hast du das Sachen? Sie hat es verraten von uns? Das geht nicht weiter. Sie hat nichts gemacht für uns. Sie hat die Mann nicht gebracht von einem Baby. Ich habe das Sachen gemacht. Ich bin wirklich. I really am And you think you can trust her God damn it, don't even start Any of you would have done the same if you were half as tough as this little girl So just save it Bring her in and I'll take a look at her arm Damn, look, she's sneaking around out here We better get inside Are you hungry? Oh ja, ich könnte jetzt auch was essen Ja, ich hab Hunger Man schäde, man schäde mir eine Kuh Man rasiere mir das Schaf Ne, die werden ja geschoren Nicht rasiert, ne? Das heißt ja scheren Ach, Klatsch How did she look? Their suturing skills need some work But otherwise, I say she should be fine So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in Which you were Maybe you still are No, I'm not We put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones And then you escaped and persuaded my daughter to steal from us But we didn't have anything to tell you I'll give you the benefit of the doubt But there are a few things you need to know about my daughter Okay She isn't like you You may not get that initially But once you're around her for a while You'll understand If she knew how bad the world is What is really like out there She would cease to function She's my little girl She's all I have left And I would ask that you stay away from her Yeah I'm sorry I didn't know It's okay You're forgiven Just don't make any more mistakes Hey, uh Brought you some food if you're hungry That's gonna leave one hell of a scar Ah We'll eat later Yeah You know, I get it You're pissed that we locked you up And I'm sorry Hey, look I just want to say I'm sorry For being a dick out there I got kind of aggro And that was definitely not cool Nick's been known to go off every once in a while Don't hold it against him Yeah, I guess we all have our moments You definitely had one out there You were just protecting your friends I get it I mean to be so harsh I just We had a bad experience once We all had bad experiences Nick lost his mom We took care of someone who got bit It was my fault It was no one's fault We thought we could control it But we couldn't And then she turned And his mom was standing right there And she got attacked There was nothing we could do about it Anyway Hopefully you understand Bad things have happened to everyone So Since you're pretty much on your own What's your plan? Ehrlich gesagt Weiß ich das gar nicht We'll gucken I don't know I'm kind of on my own now Well you're welcome to stay here if you want Okay, let yourself heal up Take some time to sort things out Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it Klingt auf jeden Fall nach einem verlockenden Angebot, ne? So What happened to your parents? If you don't mind me asking Nein, it's good Let's hear me I assume What happened to them is What happened to just about everyone's parents Just so young Didn't think you could have made it On your own for so long But maybe you did Other people took care of me If that's what you're asking I was just curious on how you made it this far I just tried to stay with good people And not do anything dumb Yeah, der gute, gute Der auch mal anders konnte, aber My parents went on vacation And left me with a babysitter And they never came back We went to Savannah to find them But they were already dead Wow I'm sorry to hear that This man Found me and took care of me We met up with other survivors And we all tried to make it But It didn't work His name was Lee He taught me how to survive He taught me how to shoot a gun He taught me how to shoot a gun What? What happened to him? What happened to him? What happened to him? I killed him He got bitten Protecting me And I had to kill him Before he turned Wow I had to I hate dinner up But I'm out there stand and watch And I can't help but notice This place is lit up like a goddamn beacon In the middle of the woods Yeah it's time to turn in anyways Now get your wings while you can Because we're going fishing at first light A couple fresh brookies for dinner Wouldn't that be nice? Oh yeah Oh ich liebe Fisch Außer Karpfen Der schmeckt so sumpfig Matschig Irgendwie so Ne Karpfen schmeckt so modrig Der riecht so nach Der schmeckt so wie ein Mottenschrank Riecht find ich Oh Oder Mottenkugeln Genau Ah nee Ich mag Ne Karpfen ist so Ja I wouldn't get comfortable If I were you Luke invited me to stay Good for him But that's not how things work around here We make decisions as a group And you're wearing out your welcome You got what you came here for Now go Das ist ja ne Alter nein Oh ich bin einfach Nee 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 Ja hier gibt's ja Errungenschaften Am laufenden Band Du das geht ja wie ein laufender Meter hier So So ich mache dann auch mal einen kurzen Break Denn Die Folge geht wohl schon lang genug Ich glaube eine Dreiviertelstunde So hat das wohl schon gehen Ich wollte eigentlich schon früher Schluss machen Aber wie gesagt Ich unterbreche So eine Storyline eigentlich ungern Und schneide und zerstückele die Auch so ungern Ja wie es aussieht Wir gehen Vorallen angeln Voralle Voralle Ein bisschen fishy Ja ob uns das gelingt Ob uns da Gefahren erwarten Und auch mal wirklich etwas entspannt laufen kann Oder halt nicht Vermutlich nicht Jeder Der die anderen Folgen gesehen hat Weiß dass Irgendetwas Was entspannt und gemütlich aussieht Nicht entspannt läuft Jedenfalls Danke dass ihr dabei wart Eingeschaltet Eingeklickt habt Wie auch immer Was auch immer Und Ja bis dahin Tschüsschen